Nein, schau doch, sprich nicht, der Boden stürzt da ein! Hilf mir! Oh, verdammt! Scheiße! Scheiße! Helf mir! Helf mir doch! Verdammt, Hörsel, helf mir doch! Verdammt! Scheiße! Mann, helf mir! Kann mich nicht mal lange halten! Hilf mir! Ich bin mit dem Verdammtenbrett! Komm! Ganz ruhig! Ganz ruhig, ganz ruhig, du schaffst es! Du schaffst es, du schaffst es! Lass dich langsam runter! Was soll ich jetzt machen? Hilfe, tu doch was! Helf mir alle, weichen Sachen runterzuschmeißen! Dann landet er weich! Habt ihr es denn noch alle? Das Teile hat mich fast getroffen! Ich kann nicht mehr! Na komm schon! Kommt doch noch was! Okay, alles klar! Kannst dich fallen lassen! Los, kannst jetzt springen! Mach! Thomas! Thomas, lass dich fallen! Ich bin jetzt weich! Mach ich nicht! Kumpel, alles in Ordnung? Hallo Thomas! Du hast du uns? Alles klar bei dir? Ich weiß nicht! Ich bin jetzt! Du hast dich entschieden!